Wir besuchten die Kölner schweren Pioniere, das Bataillon 719, dessen Männer sich bei der Hamburger Flutkatastrophe in besonderem Maße eingesetzt und ganz hervorragend bewährt haben. Zum Dank hätten wir alle ihnen gewiss ohne Ausnahme einen verlängerten Weihnachts-Sonderurlaub gegönnt, doch die Pflichten des Soldaten kennen keine Ausnahme. Also standen sie auch heute am Heiligen Abend wie an jedem anderen Tage auf Wache. An den Toren und auf den Streifendiensten innerhalb des weitläufigen Kasernenbereiches. Trotz Sonnenschein bei minus 10 Grad Celsius gerade kein Vergnügen und auch nur wenig dazu angetan, so etwas wie weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Auch diese Männer, die gerade von der Wachbelehrung kommen, zählen vermutlich und stattdessen lieber Schritt um Schritt die Tage bis zu ihrer Entlassung aus den Pflichten des Wehrdienstes. Es sind diejenigen, die um diese Stunde bereits den Wach- und Postendienst übernommen haben. Ein Drittel aller Soldaten steht in Bereitschaft, nicht nur bei uns. Das ist von Norwegen bis zur Türkei in keinem NATO-Lande anders. Der Dienstbetrieb sieht nur das Notwendigste vom Notwendigen vor und nimmt so weit wie möglich Rücksicht auf das Weihnachtsfest. Diese Kapelle innerhalb der Kaserne haben die belgischen Truppen den Kölner Pionieren geschenkt. Und einige halfen heute Nachmittag dem Pfarrer, die Kapelle für die Weihnachtsmesse auszuschmücken. Die Krippe ist ein Geschenk eines Bonner Waisenhauses, von den 14- bis 16-jährigen Kindern selbst gefertigt. Außer zu der gemeinsamen Weihnachtsfeier im Saal des Wirtschaftsgebäudes werden sich die Soldaten beider christlichen Konfessionen um Mitternacht zum Weihnachtsgottesdienst versammeln. Die Soldaten des Sanitätsdienstes gehören ebenfalls zum Bereitschaftsdrittel der NATO. Und außerdem müssen sie als Pfleger und Schwesternersatz die Kranken in der Revierbaracke versorgen. Wie Sie sehen, machte auch der Standortarzt bis zum späten Nachmittag noch Visiten, verordnete Tropfen und Pillen. Und er konnte einen der Kranken sogar noch in letzter Minute in den Weihnachtsurlaub entlassen. In der Küche herrschte ebenfalls noch Hochbetrieb, denn außer den bunten Tellern für heute Abend machen die Festtagsmenü einige Arbeit. Laut Magenfahrplan sollen sich die Soldaten wenigstens zu den Mahlzeiten wie bei Muttern fühlen. Wir sprachen dann mit dem Führer des Bereitschaftsdienstes Hauptmann Stemmann und fragten ihn, welche Soldaten nach welchen Gesichtspunkten zur Bereitschaft eingeteilt worden sind oder ob sie etwa ausgelost worden seien. Herr Porg, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben eine Wunschliste anlegen lassen und anhand dieser Wunschliste konnte der Soldat sagen, ob er zu Weihnachten oder zu Neujahr Dienstbefreiung haben wollte. Berücksichtigt hierbei ist, dass einmal die Spezialisten in jedem Quartal, also zu Weihnachten und zu Neujahr, geteilt sind. Zum anderen, dass die Verheirateten Weihnachten den Vorzug haben. Und was können nun die Soldaten tun und lassen hier in ihrer Kaserne während des Heiligen Abends und der beiden Festtage? Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben Leseräume, es steht eine Bücherei zur Verfügung, die auch benutzt wird. Wir haben Spielräume, wir haben einen Fernsehraum und dementsprechend stehen auch die notwendigen Spiele hier zur Verfügung. Er kann sich auch, wenn er will, ins Bett legen und mal richtig ausspennen? Selbstverständlich. Er kann sich hinlegen, er kann schlafen, so wie er es möchte, aber mit einer Einschränkung. Er darf keinen Alkohol zu sich nehmen. Also im Grunde genommen kann er tun und lassen, was er will. Ja. Nun werden Sie nicht zum ersten Mal in der Kaserne sein über Weihnachten. Wie fühlt sich der Soldat überhaupt? Da wir den Soldat betreuen, da auch die Unteroffiziere und Offiziere bei ihm sind, fällt ihm dieses nicht so schwer, als wenn er ganz alleine hier nun sich selbst überlassen wäre. Und welchen Dienst hat er zu leisten? Es kommt noch Wachdienst hinzu, aber dieses nur für gewisse Einheiten. Und sonst hat er frei? Sonst hat er frei, muss nur jederzeit zur Verfügung sein. Hopp. Hopp. Hopp.